Herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie, bei dem ich dir in 60 bis maximal 90 Sekunden ein spannendes Geschäftsmodell vorstellen möchte. Und heute soll es um das Thema Airbnb gehen. Dazu starte ich meine Uhr und los geht's. Was ist Airbnb? Bei Airbnb, vor allem dann, wenn du damit ein Einkommen erzielen möchtest, vermietest du Wohnungen als Short Term Rentals. Das heißt, für kurze Zeit, für ein Wochenende, für eine Woche, vielleicht auch für einen Monat. Und wenn du es als lukratives Geschäftsmodell betreiben möchtest, kannst du das sogar tun, ohne diese Wohnung zu besitzen, indem du die Wohnung mietest und sie dann untermietest. So kannst du wirklich ohne viel Kapitaleinsatz, ich würde sagen, 5000 Euro solltest du mitbringen, um die Wohnung einzurichten, um die erste Miete zu zahlen, um die Kaution zu zahlen, die ja ein super lukratives Immobilien-Business aufbauen. Und inzwischen gibt es eine Vielzahl von Dienstleistern, die um dieses Geschäftsmodell herum existieren, sodass du fast alles automatisiert von überall auf der Welt betreiben kannst und nicht vor Ort sein musst. Also mega, mega spannend und ich hab's in unter einer Minute geschafft. Wenn also Airbnb für dich spannend ist, hast du jetzt einen ersten Eindruck davon bekommen, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Wenn du mehr über Airbnb wissen möchtest, wenn du weitere Informationen dazu haben willst, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst, freue ich mich, wenn du in mein Orientierungscoaching für passives Einkommen kommst. Den Link verlinke ich dir hier unten und wünsche dir jetzt noch einen grandiosen Tag. Vielen Dank.